Ich mach's immer in Englisch, ja? Also hier, okay. Test. Also muss ich draufdrücken, oder? Ich schon. Ich muss nur halten. Okay, komm ich mal. Und jetzt? Hier. Lass mich mal kurz filmen. Makita. Das sind zwei Batterien. 18W. 36V in total. Und so, das ist ein Professional. Ja, nicht Professional, sondern eine normale Bahn. Ja, nein. Geht's ihm? Ja. Geht's ihm? Ja. Geht's ihm? Ja. Das ist unglaublich. Super. Also, 140 Wattstunden. Das ist nur ein Viertel von diesem. Und deshalb muss der Motor hier mit low Power sein und nicht so viel Speed sein. Deswegen muss die halt jetzt irgendwie einen kleineren Motor und eine langsame Geschwindigkeit haben, während ich halt hier wirklich aus dem Vollen schöpfen kann. Jetzt, ich weiß nicht,Keep das. Danke. Bis zum nächsten Mal.